hey leute willkommen zurück zu energy und einen kleinen spot für das eine event der einarmige bandit ja wie wir schon im newsie-tusie erklärt haben oder euch gezeigt haben was man da so schick es sich holen kann sind die belohnungen die man sich arbeiten müsste halt 3 7 dreimal bar und dann halt dreimal obst das will man erreichen alles darunter ist naja braucht man nicht wirklich aber bekommt man halt ja ich habe da mal ein bisschen an möglichkeiten mehr besorgt bzw automatisch halten lieber mal mal durch drücken schauen wir mal so glück wir haben hier geht ja schon los braucht kein schwein naja banan schminken eigentlich ja gut kann man immer gebrauchen sag ich nix dazu besonders makatama paket ok oh schön fällt mir das kann so weitergehen makatama makatama pakete i love it außer dass bitte das nicht noch mal das könnte sich hinziehen gut vielleicht werde ich ab jetzt auch etwas leicht vorspülen bis was gutes wieder kommt halte ich mal lieber meine klappe halte раз Bis zum nächsten Mal. 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 Na ja, da sehen wir mal wieder, dass ich glaube nicht, dass da groß was passieren wird und einer die Siemer zieht. Letztes Mal haben wir bei dem Event auch kein Suzuki-Susano gesehen, aber wir lassen uns überraschen. Ich hoffe, das kleine Video hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, 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 ciao. Ciao, ciao, ciao. Vielen Dank.